Eine Nacht allein im Kaufhaus und shoppen bis zum Umfallen. Für zwei junge Paare wird dieser Traum wahr. In der Galeria am Ostbahnhof in Berlin dürfen sie 5000 Euro ausgeben. Einziger Haken, eine Stunde Zeit und alle Preise im Kopf addieren. 46 für zwei Stück, 92 für vier Stück. Such, 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 such. Pfeffi, kommt. Komm, komm, zieh, schnell. Los, Hauptsache teuer. Kaufrausch pur. Wer am nächsten an die 5000-Euro-Marke kommt, darf alles behalten. Wer die 5000 Euro überschreitet, muss mit leeren Händen nach Hause gehen. Das sind 4050 mit der hier. Was habe ich gesagt? 3050. 51, 95. 2020. Moment, was war die Zahl davor? Ich habe mir jetzt nur 1630 gemeldet. Shopping-Duell 2013. Für diese zwei Paare öffnet die Galeria Kaufhof am Ostbahnhof eine Nacht lang ihre Tore. Ich bin Matthias. Ich bin Jasmin. Wir rocken heute das Ding, weil wir eine Woche geübt haben. Genau. Wegen den Fünfen in Mathe. Wir rocken das. Wir müssen, ja. Wir müssen. Genau. Und für dieses junge Paar aus Potsdam. Action. Jetzt. Hallo, ich bin der Manuel, 31 Jahre alt und das ist meine Frau. Kathrin. Piep, alt. Auf jeden Fall gewinnt. Weil wir das perfekte Paar sind und wir passen gut zusammen. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Und da kann eigentlich nichts schief gehen. Die Regeln. In einer Stunde müssen mindestens 25 Teile eingesammelt werden. Eins davon über 500 Euro. Er rechnet. Ich merke mir die Zwischenzahlen. Erstmal ein paar Koffer besorgen, damit wir alles schon reinkriegen. Man kann sich noch so gut vorbereiten. Also ein Zahndreher und das Ding ist durch. Die schweren Sachen kommen zum Schluss. Erstmal die ganz einfachen. Das ist eigentlich eine Taktik aus Improvisation und Spontan. Genau, mal schon. Unser erstes Mal. Und die sind schon sehr aufgeregt. Los geht's. Zunächst müssen die Spieler ihre Partner neu einkleiden. Zeitlimit 10 Minuten. Spätestens jetzt sollte man die Hosengröße des Liebsten kennen. Denn Achtung, die Teams werden gemischt. Los Matthias, komm. Frauen Richtung Rolltreppe. Die Männer orientierungslos. Da am Bild. Wir sind der Ersten. Wir sind der Ersten. Wir sind der Ersten. Jeans, dann suchen wir eine Jeans. Sportanzug ist da hinten. Beeilung, die Zeit läuft. Gibt's denn eine stylische? Da rechts. St. Oliver. St. Oliver. Oberteil, Oberteil, keine Jacke. Das hätte meine Oma getragen. Ich glaube, es kommt nicht gut an. Das Beste ist, ich habe irgendwas von M oder L gehört. Aber nichts von 42, 46, 48. Ich habe keinen Plan. Ist mir egal, was ich nehme. Findest du das hübsch? Oh, hier ist ein bisschen hässlich. Ich nehme einfach irgendwas. Jetzt wird das schon anziehen. Ich habe was. 2XL, was sind das für Größen? Jasmin wundert sich. Und die Männer sind ohne Plan. Ist das hier für Frauen oder für Männer? Ja, schwarze sind. Ja, gut. Das kannst du jetzt gleich machen. Ist das zu groß? Auf jeden Fall. Das ist mir zu groß. Definitiv. Dann suchen wir weiter. Manuel und Matthias, total überfordert. Perfekt, Volltreffer. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Hier ist noch ein Gürtel und wir sind absolut safe. Accessoires, wir sind die Accessoires. Du brauchst doch noch eine Hose. Ist drunter. Ach, das ist drunter. Ja, Kombi. Mensch. Bingo. Jasmin und Katrin sind fertig. Manuel und Matthias hingegen wirken, als wären sie das 1. Mal in einem Kaufhaus. Also dick ist sie nicht. Man weiß, was gemein ist. Die Dinger haben auch noch verschiedene Größen. Ja. Sind aber schon noch bei Frauen, ne? Die Gürtel sind ganz schön lang hier irgendwie. Machen wir das einfach mal. Ey, was ist das hier mit der Fahrt? Ich nehme mir mit. Ich habe das fertig. So, jetzt lassen wir mal gucken, wo die Frauen sind. Okay, das sind 50. Ähm, 78. Aufgerundet. 60,95. Ich muss nicht zusammenrechnen. Blondin sicher. Ob die sportlichen Jogginganzüge auch das Denkvermögen auf Hochleistung bringen? Ich habe mich mitreißen lassen. Ey, hör mal. Jogginganzug, ne? Das ist doch super. Wie ist ein lockerlässig anziehen? Siehst, ich habe dir einen schönen Gefallen getan und habe genau das nicht gemacht, ja? Ich hoffe, das ist richtig. Weißt du, das Beste ist, ich habe dir sogar noch Gürtel mitgebracht. Habt ihr Partner noch gemacht, oder was? Du musst doch hier so... Ach stimmt, im Schritt. Nein, der ist halt lockerlässig, ne? Yeah, yeah, yeah. In der Umkleidekabine fallen die Hüllen. Matthias muss jetzt in ein 2XL-Schlumpfoutfit schlüpfen, das Jasmin ihm so sorgfältig ausgesucht hat. Ich mach dir diese Breite. Ich bin so. Ach, du Scheiße. Die passt doch. Oh, die ist jetzt wirklich steinig. Jetzt noch eine Jacke drüber, ich freue mich. Oh, die ist aber... Was? Okay, danke für das Kompliment, was die Hose betrifft. So schlecht geht es mir doch nicht. Oh nein. Du siehst ja aus wie eine Homi. Man kann halt nicht alles haben. Die Hose ist der Oberkracher, ey. Du kannst damit rennen, ne? Ja. Total sexy. Total sexy. Total sexy. Also ich finde, ich sehe gut aus, ne? Ich frag mich echt, was du dir bei der Hose gedacht hast. Ich weiß nicht, ich hab mir gar nicht so viel dabei gewerft. Das ist echt die Oberärte. Du kannst gut laufen, das war die Hauptsache. Deins ist auch nicht so schlimm. Oder? Na ja, sie ist ja reich doch. Was hat der dir kostet? 69,95. Nicht unbedingt meine Größe, wo ich sie dir fünfmal gesagt habe. 90,95, 49,95 und Oberteil war, was war das? 29,95, glaube ich. Da sind wir bei 170. 50 plus... Ich hab ja auch noch was. 35, nee, 36 sind 86. Plus der Gürtel. Warte mal, 86,91. 90, 101, 111. 111 plus, was hatte ich? Weiß ich nicht. Zahlen speichern. 78. 78. Ja. Ja. Das sind 100, ach Gott ey. 78. 100? 189. 189? Ja, genau. Sicher? Ja. Okay. Okay. 78, ey. 178. 189. 189? Okay. Wir laden Sie jetzt zu einem kleinen Imbiss ein. Bitte begeben Sie sich dazu in die Feinkostabteilung im Untergeschoss. Dort müssen Sie Speisen und Getränke im Wert von mindestens 25 Euro verzehren. Wer schneller ist, kann länger shoppen. Startschuss für einen 25 Euro Lunchbreak. Motto? Essen und Trinken gegen die Zeit. Was sich einfach anhört, wird zum Kampf gegen die Übelkeit. Jetzt mal Richtung Alkohol auf. Hauptsache so wenig Umdrehung wie möglich und so teuer wie möglich. So schnell. Such was zu essen. Das ist alles so billig. Das finde ich ja auch geil. Der heißt jeden Tag. Nee. Doch. Komm. Such, 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 such. Such? Ja, aber man muss es doch gleich essen können. Mann, Junge. Schauen wir mal, für 10 Euro zu futtern geben hier. Kostet das wirklich 18 Euro? Sag das mal nicht so laut, dass die anderen nicht hören. Okay. Also 19 Euro. Komm, 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 komm. Pfeffi, kommt. Trinken, 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 trinken. Hier? 15,99. Nee, der Große, das ist zweet. Das ist der. Nee, das ist der Kleine hier, der Kleine Kost. Na, aber so kann jeder eintrinken. Mann, der trinkt jeder einen. So, hier, sprittig. Das ist alles viel zu billig. Viel zu billig. Hier, guck mal, ein Bär. Zwei davon. Okay, 4 Euro. Irgendwie. 5,5, 5,49, jeder so ein Ding. Okay. Komm. Die schöne Geburtstagstorte. High Five, das ist perfekt. Super. Geburtstagkugel? 4,30. Nee, ich hab hier 4,30. Ich hab hier 50 gesehen. Hier. Die soll ich jetzt für 55 alle essen, oder? Zwei Stück sind 10 Euro. Sind 9, Junge. Der ist doch teurer, oder nicht? Wir brauchen 10 Essen, 15 Getränke, Junge. So, hier, dann los, Junge. Das ist auch süßes. Ich soll jetzt die ganze Moze Kugel futtern hier? Was haben Sie sich ausgesucht? Marzipan-Torte. Ich wollte schon immer 50 Moze Kugeln essen. Aber bitte mit Sahne. Nicht normal. Moze Kugeln? Mit dir? Man muss sagen, ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja, komm, hol ich. Da, ja. Aha. Iss, Junge. Ja, ja. Oh, ist mir schlecht. Das müssen wir schon beherrschen. Oh, wir haben noch Zeit. Nee. Motto, fett und billig, würde ich mal sagen. Für den hier. Der geht's zur Seite auf, der ist nicht gut. Okay, der ist gut. Den nehme ich. Du, ich nehme jetzt den. Okay. 198 hatten wir, ne? Dann haben wir 190. 19? Können wir auch 120. Genau. Hier haben wir 220 Tacken. Grob geschätzt. 320 Tacken. Plus 90. So, das sind 410. Auf der einen Seite wird schlecht gerechnet, auf der anderen schlecht gegessen. Die Mozart-Kugeln, alles andere als Musik im Magen. Trink, trink, trink. Und jetzt Energie, los. Wohin? Oh, ist mir schlecht. Koffer. Oh, ist mir schlecht. Ja, oh. Zwei Paare, eine Strategie. Koffer zuerst. 199, 470, 470, 520, 520. Den willst du noch? Nicht. 520 plus 189, 710, 710, 710. Nehmen wir gleich ein paar Uhren mit. Mittlerweile sind Matthias und Jasmin voll auf der Überholspur. Wenn nur das Rechnen nicht wäre. Bunte Messer. Die will ich haben. 407 hatten wir. Bist alle, oder was? Ja, ich will alle. 22 mal 5. Okay, wir hatten 407 nicht. Das sind 110 Euro. Das heißt, wir haben 517 Euro. Geht doch. Im Erdgeschoss dagegen, Uhren satt. Hier, Telefon nehmen wir mit. Wäsche, wäsche, wäsche. Komm Koffer auf. 760, steck ein. 760. 760 plus 150 plus 150. 1060. Die zwei, welche Uhren willst du? 1060. Nur eine? 1061. 1061. 1060. Hier, braun. 1160 plus 129 sind 1290. Nochmal. 1390. 1390. Spieltag. Schuhe einzeln. Das ist ja Paul. 1390. Lass mal ganz schnell noch da gucken. Lass mal eine Zahnbusse nehmen. Dann nehme ich teurer. 517. 517, das heißt 607. Epiliere, oder was? Ja, genau. Okay, nehme ich gleich zwei mit. 607 hatten wir. Okay, 149 mal 2 sind 300, das heißt 607, 907. 907. Ich habe nicht 907. Okay, weiter. Eine Sache ist wichtig und das ist die Kaffeemaschine. Guck mal, hier ist eine. 975. 307. 1057. 1057. 1057. Okay, dann nehme ich die. 1057, okay. Das ist auch eine. Ja, 1057. 1057, 11, 12, 7. 1257, okay, 1257. Okay, und weiter geht's. Jasmin verfällt dem Sammelwahn. Manuel und Katrin suchen erst mal für Sohnemann Paul. Den hier Fußballer, Piraten, was kosten wir? 179. 1390. 1790. 1790. 1790. 1870. 1890. 1870. Parfüm. Schnell, komm. Komm, Pippi. 1900, 1920, 1920, 1920, 1970. Ich weiß nicht, meine Abteilung. Die drüben ist Frauen. 59,95. 2020, 2020. 59,95. 2080. 2080. Was kostest du? 2140. So, willst du noch irgendwas? Rolltreppe los, zack, 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 zack. Rolltreppe, los. Noch sind Matthias und Jasmin schnell zu Fuß, aber irgendwie planlos. Was willst du? Hosen? Gott, was will ich nicht. Hier, guck mal, hier so schicke Sachen halt. Teuer, teuer. In der Hektik kommt bei den beiden langsam Verwirrung auf. Achso, da gibt es noch sowas wie die Größe. Ja, solltest du schön wissen. L, Nummer 1. Okay. Kannst du mir die Preise ansagen? 14,7 steht denn hier der Preis? Vielleicht drin. Achso, das kann man auch machen. Okay, 14,7,5. Schuhe. Schuhe, hau rein. Okay, die hier. 16,07. Alles klar, 16,07. Und 69. 69? Ja. Okay. 16,77. 16,77. Okay. Moment. Stopp. Ich weiß noch, was du davor gesagt hast. 16,79? Weiß ich nicht. 16,87. 87. Okay, 16,87. Weil du lieber die höhere Zahl, weil es war, da bleibst du drunter. Okay, 16,87. Hau rein, zieh die Taschen da weg. Echt. Ist mir völlig egal. Die kostet 40, die nehme ich. 16,87 war es. Ja, 16,87. Okay. 17,27. Ich habe schon zweimal 37,50. Ja. 17,87 hattest du. Warte mal, 37,50. Das sind, warte mal, 70 plus... Okay, 75. Und was hatte ich davor gesagt? Was hattest du davor gesagt? 17,37 hattest du? 17,37. Okay, plus 75. Ja. Das heißt, 18,05, 18,10. 18,10. 18,10. Okay. Okay, 18,10. Wo ist mein Koffer? Total falsch gerechnet. Aber auch egal. Wenn du irgendwie so einen Euroartikel siehst, dann hau rein. Okay. Damit wir auf 25 Artikel kommen. Richtig, Jacke. Okay. Das sind 179, ja? Ja. 179,90. So, das heißt, 1990. 1990, okay. Matthias und Jasmin verlieren sich in Kleinbeträgen. Derweil bläst der sportliche Manuel seiner Katrin den Marsch. Komm, 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 zieh. Mann, Junge. Schnell. Zieh. Los, weiter geht's. Schneller. 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 Hier, Jacken. Und Fifi kommt. Aussuchen, einpacken, weiter geht's. Im Gleichschritt Marsch. Laufen. Bewegung. 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 2540, ne? Ja. Das muss man für Paul holen. 2540, ne? 2640, 2690, 2690, 2790, 2790, 2860, 2860, 2960, 2960, 3020. Ich mach' ein paar Spiele für Paul. 3090, 3090, 3120, 2990, 3120, plus 50, 3120, 3170, plus 50, 3220, 3220, 3220, 3370. Los, schnell. Ab nach oben. Laufhorst. 3370. Schneller. Los, los, los. Die Zeit läuft ab, der Stress kommt. Hat jeder 25 Teile, liegt eins über 500 Euro. Hauptsache teuer. 2010. Hier bin ich. Ich hätt' gern das für 99,95. Warte, Taschenrechner ist am Start. 2110. 2110. 2110. Packs bitte gleich ein. Ach ja, einpacken. Ja, 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 ist auch nicht schlecht. Okay, und ich hätt' gern das hier. Hau rein. Ey, wirklich, das hat mir viel betracht. Okay, 2110. 2110. So, das heißt 140, 146, ähm, 22, 56. 22, 56. Ja, 22, 56. Manuels Ziel, Haushaltsabteilung. Hier denkt er sogar noch an Schwiegermuttern, sehr sympathisch. Für uns jetzt, war 3570, für deine Eltern auch noch, 3770, plus 199, 3970, 4.170. Besteck für die ganze Verwandtschaft? Kleine Abstecher zu den Kaffeemaschinen. Ja, die 4000. Genau, perfekt. 4171, plus 159, 4.270, 4.270, 4.270, 4.270. 4.270, 4.330, 4.330. Wie der Besteck? Hat Manuel noch mehr Schwiegereltern? 549, 549, 4.330, 4.880, passt das irgendwo hin? Jetzt suchen wir noch was für 100 Euro. Pfanne oder so? Nimm den Koffer, nimm den Koffer. Such doch mal eine Pfanne. Ich bin doch schon dabei. Mann, Junge. Was ist das hier? 98, hier. 4.880, das ist 90, 4.880, 4.970, 4.970, wollen wir sicher gehen und das so lassen? 4.970? Ja, ja. Dann nehmen wir das jetzt. 4.970. Countdown mit 5 Besteckkästen im Gepäck. Wer kommt den 5.000 Euro am nächsten und darf alles mit nach Hause nehmen? 2.700 hast du gesagt, ja? Ja. Okay, ich habe jetzt 295, das heißt 2.900, 2.995. Wieder verrechnet, keine Besserung in Sicht. Was hatten wir? 2.997. 2.997, das heißt, warte mal, plus 250, das heißt 2.000, äh Quatsch, Mann ey, 3.247. Oh je, oh je. 2.49, hast du sie? Mhm. 100%ig? Du hast einen Preis dran? Ja, ich glaube schon. Alles klar, dann packen wir die ein und wir hatten noch eine. Die ganz rechts hier. Gut, nimm sie mit. Gut. Okay, wir brauchen jetzt generell noch einen Artikel über 500 Euro, den sollten wir jetzt holen. Oh, supper. Oh, supper. Na, leck du mir, oh Marsch. Pass auf, das Besteck fällt gleich raus. Ist das überhaupt induktionsgeeignet, deine Pfanne? Hast du geguckt? Nee. Ist natürlich wichtig. Leck du mir. Was wollen wir eigentlich mit dem ganzen Koffer? Los, komm, Junge. Das ist, wo wir ein Haus haben, verreisen wir nicht mehr. Wir verlieren Puckelei umsonst hier, Junge. Die einen meckern, die anderen motivieren sich noch selbst. Ey, so schwer eine 500 Euro zu finden. Wo sind denn hier denn die Luxusteile? Hugo Boss, hier sind wir richtig. Jawohl. Got it, got it. Die ist nicht nur teuer, die sieht sogar gut aus. Was für eine Kombi. Ein Teil über 500 Euro. Geschafft. 3.300 plus 530. Das sind 3.830 plus, was hast du hier, 249. Das sind 4.050 mit der hier. Was habe ich gesagt? Ähm, 3.050. 3.050, okay. Das heißt, 3.350. 3.350? 4.350. 4.350. 4.350. 4.350. Lass uns noch irgendeine teure Uhr nehmen. Die Bossuhren. Plus 360. Okay. 4.000, sagen wir 4.710. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, um halt auf unseren Betracht zu kommen. 4.750. Okay, alles klar. Das heißt, wenn wir 180 draufrechnen. Mit der Uhr für 179. Okay. Ich nehme die jetzt einfach. Ist egal. Ja. Müssen wir rauskommen. Hauptsache wir genug spielen erstmal. Boah. Schlechte Stimmung bei Manuel und seinem Pfiffi. Mit letzter Kraft wird alles durchgerechnet. Das sind ja echt tolle Sachen ausgesucht. Ich schwitze wie ein Schwein. 700. Wollen wir nochmal in Ruhe zählen? Warum? Katrin schwitzt also mittlerweile tierisch. Und Matthias wird kurz vor Zieleinlauf richtig zickig. 1.630. Ach Quatsch. 1.570. Moment. Was war die Zahl davor? 1. Ich habe mir jetzt nur 1.630 gemerkt. Oder terechne doch einfach 1.630 minus. Oder hast du das falsch gerechnet? Bitte merk dir die Zahlen. Bitte. Please. Ich meine, das ist echt dein Job jetzt gerade. Ja. Sorry. Ich meine. Ja. Du merkst dir die Zahlen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Nach jedem Mal. Ja. Ich weiß nicht. Nach der ganzen 3, 4 Stunden ist das Ganze echt ein bisschen anstrengend. 1.440. Weiter, schneller. 1.440. 1.440. 1.440. 1.440. 1.640. 1.440. 1.440. 1.440. 1.440. 1.440. Was hab ich gesagt? 2.000... Ne, 3... Nicht um 1.000er verbrechen, bitte. Ja. Bitte. So, 4.200 einräumen. Und weiter. Erschöpfung pur. Der Ton wird eindeutig schärfer. Junge, wir brauchen noch 420 Euro. Wie viel? 420. Countdown, Junge, nur noch 420 Euro. Junge, was kosten die anderen? Die hier drüben. Welche? Die da drüben. 169 kostet die. Die hässliche? Ja. Ist ja hässlich. Und die? Hier. 4.580. 340. 1.720. Du brauchst mir fahren. Lassen wir es einfach fahren. 3.290. Und wir hoffen einfach, wir sind nicht über 500. Okay. Okay. Das war's. Das Spiel ist aus. Jetzt zeigt sich, was Ware Sieger ausmacht. Wer hat alles beisammen? Wer hat richtig gerechnet und ist näher an der 5.000 Euro Marke und kann mit der gesamten Ware nach Hause gehen? Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem es ein Glücksspiel ist. Und dann zocken wir jetzt einfach mal eine Runde. Die Spannung steigt. Erste Verhandlungen werden aufgenommen. Ey, die haben ein Wii da drin. Wir haben zwar zwei. Wenn ihr verliert, kriegt da eine ab. Wenn wir verlieren und ihr gewinnt, kriegen wir eine Wii ab. Okay. Und ihr kriegt dann irgendwie eine Hugo Bossuhr für 300 Euro, falls ihr gewinnen und ihr verliert. Ja? Machen wir? Oh Gott. Nur noch wenige Minuten trennen von Sieg oder Niederlage. Gleich entscheidet sich, wer Nerven aus Stahl hatte und als Gewinner der Challenge das Haus verlässt. Und wer mit leeren Händen gehen muss. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sieg für Manuel und Katrin. Matthias und Jasmin dagegen haben sich glatt um 1000 Euro verrechnet. Ich hab jetzt eher gedacht, sie sagt mir Zahlen, ich rechne jetzt zusammen. Und hab gehofft, sie passt zwischendurch auch mal ein bisschen auf. Na ja, dann waren wir wieder durcheinander. Mussten wir wieder von vorne anfangen mit zählen. Das ist halt die Euphorie. Das war alles anders, als man denkt. Dankeschön. Verlierer. Fettes Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, großartig. Hat viel Spaß gemacht, wa? Wir waren schon ein bisschen schockiert, dass es wirklich 1000 waren, die wir abgewichen sind. Das hätte ruhig ein bisschen weniger sein können, wenn wir schon vergeigen. Aber gut, ist halt Pech, ist ein Spiel. Eine Nacht allein im Kaufhaus. Erschöpft treten die Paare den Heimweg an. Ist schon okay. Klar hätten wir gerne gewonnen, aber was soll's. Fast schon so. Fast. Genau. Super, wenn wir schlafen. Also fix und fertig sind wir. So einen Einkauf möchte ich nie nochmal machen. Lieber in Ruhe und Gelassenheit. Aber so nicht nochmal, das hat gereicht. Und nächste Woche? Zickenkrieg. Eine Nacht allein im Kaufhaus. Und Tore auf für zwei weitere Paare. Nimm irgendeinen Sch***, der dich jung und schön hat und der teuer ist. Nudelsieb finde ich gut. Sieben Euro. Ich seh Kaschmir. Kaschmir, Kaschmir. Wenn wir fünf nehmen, haben wir 400 Euro. Ich wollte unbedingt Strumpfhosen haben. Kaschmir Girls gegen Strumpfhosen Team. Wer hat hier die Hosen an? Wir waren bei 3500 schätzig und die sind über 4000, oder? Wir haben uns vertan. 4200. Verdammte Scheiße, kurz vorher. Es kann nur einen Sieger geben. Wer gewinnt die Challenge um die 5000-Euro-Marke? Wer beißt sich durch? Und die anderen aus dem Weg? Was ich im Körper tragen kann ich auf keinen Fall mehr umtauschen. Ich fange schon mal an, mich ein bisschen auszuziehen. Ich hoffe, dass wir nicht drüber sind. Wenn wir jetzt wegen so einer Pulle Champagner verlieren. Ich bin auf eine Hose. Ich bin auf, was ich able, wenn wir das loads tun. Also, ich bin auf eine Hose. Bis zum nächsten Mal.